Hi Fans! Alles easy? Ich bin jetzt wieder der Turboreini. Auf vielfachen Wunsch oder auf Nachfrage von der Obergreiner Begleitung mache ich noch mal ein kurzes Video. Herzlichen Dank für die tollen, positiven Bewertungen und die Daumen hochs. Und die Noten habt ihr auch schon alle gesehen, die Ausgabe 1, 2, 3. Und heute behandle ich mal, ich habe schon ein Video mal gemacht, das ist ein bisschen anders von Polka und so. Und heute mache ich noch mal eins, weil so viele nachgefragt haben. Vielleicht können wir auch mal einen Workshop oder Seminar machen oder vielleicht baue ich es auch bei der Vorführung ein. Am 13. Dezember 2014 im Bad Reichenhall. Das könnt ihr im Internet nachlesen, bei YouTube oder bei Facebook. Und heute einfach noch mal zu der Walzerbegleitung. Wie gesagt, die Noten könnt ihr euch kostenlos runterladen vom Internet, von meiner Seite. Wie gesagt, über Spenden werden wir natürlich sehr erfreut, weil es war ja doch einige Arbeit, das in allen Tonarten, in allen fünf Tonarten zu schreiben. Walzerbegleitung, Polka, dann slowenische und die normale. Genau, einfach runterladen und wenn es euch gefallen natürlich dann nur spenden. Ein kleiner Betrag reicht auch. Einige haben das schon gemacht, Großteil und nicht. Genau. Dann jetzt noch mal zur Walzerbegleitung. Wir machen das jetzt auch so, weil wir jetzt grundsätzlich zum Begleiten haben, wir haben gefragt, auch in der Haltung. Also was wichtig ist, was ich beobachtet habe, was man auch beim Salko sehen kann. Aber da ist das Akkordeon mehr auf der linken Seite. Wichtig ist, dass du da immer generell beim Spielen Freiraum hast. Weil wenn du so rüben kannst, kannst du zwar auch spielen, aber da hast du einen zu steilen Winkel. Du kannst praktisch deinen Arm nicht frei bewegen. Wenn es geht, aber es geht nicht so gut. Also schauen, dass das Instrument generell mehr auf der linken Seite ist. Auch beim Stehen natürlich, dass man schaut, dass man wie gesagt ziemlich frei ist. Umso leichter gehen die Finger. Genau. Dann beim Begleiten. Heute nehmen wir mal einen Walzer her. In die Noten habe ich einen Fingersatz reingeschrieben. Da habe ich mit 1, 2, 4. Oder 1, 2, 5. 1, 2, 5. Oder 1, 3, 5. Genau, da möchte ich dazu sagen, was noch wichtig ist, wenn man das ausbauen möchte, was ja früher oder später der Fall sein wird. Gehen Sie euch auch einen Fingersatz an mit 2, 4, 5. Und da auch 2, 4, 5. Und da auch. Und den auch zu. Das hat den Vorteil dann später. Weil ja dann zu der Begleitung der Daumen ist ja eigentlich frei. Und der ist dann schwebend, wenn man dann zum Beispiel seine Figuren hat. Genau. Also ist dieser Fingersatz von Vorteil 2, 4, 5 einfach hernehmen. Genau. Dann ist eine weitere wichtige Sache, was gefragt worden ist, wie der Halt von wo man her begleitet. Das ist ganz einfach. Man begleitet so, dass es nicht schmerzt. Das heißt, man begleitet jetzt nicht mit dem ganzen Arm, mit der Schulter so. Das kann man sehen. Also ich übertreibe es jetzt mal. So macht man nicht. Und auch nicht mit Schulter, Ellenbogen oder so. Sondern eigentlich geht das nur vorne heraus. Also wenn man es genau nimmt, sind es eigentlich die Finger. Genau. Und wie gesagt, wenn ihr es merkt, dass da Schmerzen anfangen oder dass man zu viel bewegt, könnt ihr euch vielleicht auch selber filmen oder im Spiegel anschauen. Dann macht noch was verkehrt. Und wie ich schon beim anderen Video gesagt habe, einfach nur kurz üben. Sobald du merkst, dass irgendwo was anspannt oder Schmerz sofort aufhört, ausschütteln. Vielleicht eine kleine Pause machen, aber nicht rauchen oder so. Und dann wieder weitermachen. Das bringt mehr, als wenn man mit Gewalt da durchgearbeitet einfach. Genau. Soweit von dem her. Dann war noch eine, was noch wichtig ist beim Begleiten, ist also die Balgführung. Nicht, dass man anfängt, das mit dem Balg zu machen. Das gibt zwar so eine Technik, das ist aber speziell im klassischen Bereich. Bei einer normalen Begleitung ist es wichtig, dass die Balgführung, also dass man schön lang zieht, dass eine Ruhe hineinkommt vom Balg. Und dass man diese, das sind ja eigentlich 16 oder 32, dann sage ich mir einfach, dass man diese auch deutlich hört. Wenn ich jetzt so... Kann ich jetzt auch viel kaputt machen, weil es einfach... Genau. Dann machen wir jetzt jetzt alles. Beispiel zum Lernen auch gut, wie ich im anderen Video schon gesagt habe, immer mit Metronom machen. Und lieber 5 Minuten am Tag und täglich, als wir in der Woche bloß einmal eine halbe Stunde. Das bringt nicht so viel, sondern täglich ist ganz wichtig. Und wenn ihr dann schon ein bisschen geübt seid, könnt ihr ein langsamer oder einfaches Lied hernehmen zum Begleiten. Genau. Fällt mir noch was ein, weil einer gefragt hat, für was man denn die Oberkrönerbegleitung verwendet. Ist ganz einfach, wenn man im Quintett oder Sextett oder mit mehreren Leuten spielt. Und jeder würde die Melodiespur oder Melodiestimme spielen. Dann hätte es dreimal vielleicht die erste Stimme oder die zweite und so. Und so hast du mit einem Akkordeon die Möglichkeit, wenn du kein Solo nicht hast zu spielen, dass du einfach dazu spielst. Genauso ist es, wenn du mit einem zweiten Akkordeon oder mit einem steirischen, also wenn wir Akkordeon spielen. Dann spielt ja meistens einer mehrstimmig. Außer es spielt jetzt einer auch einstimmig, dann kannst du die zweite dazu machen. Aber wenn jetzt einer mehrstimmig spielt, dann kannst du relativ einfach mit dieser Begleitungsmethode einfach dazu spielen. Und dann kannst du auch zu zweit oder zu dritt oder zu viert, je nachdem, einfach Musik machen. Genau. Und jetzt machen wir noch ein schönes Beispiel. Und da nehmen wir, wie gesagt, zum Üben immer was Langsames her. Ich habe jetzt diesen Aussage gesucht, das Echolib der Dolomiten vom Salka Ausenig. Und da demonstriere ich euch einmal, wie das geht. Das ist in F-Dur. Und einfach einmal schauen und selber dann probieren. Designmethode Artes Gitots Und du? und so weiter und so fort. Und wie ihr es gesehen habt, ich habe es ja sogar ein paar Mal gezeigt, wie man dann mit dem Daumen die Melodie unterstützen kann. Darum, Fingersatz wäre besser so, 2, 4, 5. Genau, falls ihr Fragen habt, einfach melden oder anrufen. Und empfehlen würde ich euch auch noch das andere Video zum Anschauen. Genau, und weil es auch eine Diskussion gegeben hat, wie man das genau macht. Ich habe jetzt wirklich viele Informationen eingeholt, letztendlich variiert er jeder ein bisschen so auf seine Art, wie er das macht. Wichtig ist, dass es Spaß macht und dass euch nichts wehtut dabei. So long, all's easy, euer Turbo Reine. Ciao!